Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 10. November 2022. Ja, wir schauen uns heute mal wieder mein Depot an. Das letzte Depot-Update ist ja schon einiges her. Ich hatte auf meinem Zweitkanal Kryptokult ein neues Video zu meinem Krypto-Depot online gestellt. Also schaut dort auch gerne mal vorbei. Habe es im Community-Tab verlinkt. Und ja, vorab sei natürlich, wie in jedem Video gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte mal selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittelmiete oder sonstiges benötigt. Ja, stellen wir mal hier bei der Performance den Tagestrend in Prozent ein. Und wenn man hier so drüber schaut, dann sieht man schon, hier ist auf jeden Fall ein bisschen was heute passiert. Ein bisschen was im positiven Bereich, ein bisschen was im negativen Bereich. Dividenden gab es auch. Und ja, das schauen wir uns als erstes mal an. Wenn wir hier nämlich gucken, dann sehen wir hier, dass es eine Dividende einmal von Apple gab. Da ist mein Anteil ja jetzt nicht so riesig. Drei Cent immerhin. Und von British American Tobacco gab es auch wieder eine saftige Dividende in Höhe von 6,85 Euro, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und ja, so komme ich insgesamt jetzt auf einen Kontostand von 41,35 Euro. Und ja, hauptsächlich eben durch die Dividenden. Fangen wir an mit Biontech. Heute eigentlich gut losgegangen, über 160 Euro gewesen, dann aber zum Mittag beziehungsweise Nachmittag dann schon gesunken. Steigt gerade wieder so ein bisschen an, aber letztlich heute ein Minus von 2,92 Prozent. Insgesamt hier immer noch 46,62 Prozent im Minus. Also geändert hat sich hier nicht wirklich viel. Ja, ansonsten die Analystenschätzung ist ja auch immer noch eigentlich relativ positiv eingestellt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ja jetzt im Winter wird. Wir lesen es ja hier immer mehr, wobei die Nachrichten hier auch nicht mehr sonderlich aktuell sind von vor zwei Monaten. Kommt mir doch sehr obskur vor. Aber ja, so sieht es da auf jeden Fall aus. Guckt man sich den letzten Monat mal an, da ist Biontech schon wieder ein deutlicher Plus. Und ja, der November kann bitte so weitergehen. Lockheed-Marken, ein kleines Minus heute auch. Insgesamt aber auch noch fast 63 Prozent im Plus. Realty-Income lief auch super. Mittlerweile nur noch 1,21 Prozent hier im Minus. Geht schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. Der letzte Monat hat ja hier auch 7 Prozent Plus gemacht, was mich wirklich sehr gefreut hat. Kann ja gerne so weitergehen. November hier wieder 25 Cent Dividende. Die erhöhen ja auch stetig und bin sehr zufrieden mit meinen zwölf Aktien, die ich hier von Realty-Income habe. LVMH super stark gestiegen, 5,19 Prozent. Insgesamt hier auch nur noch 5,26 Prozent im Minus. Das entspricht ca. 38 Euro. Ja, die Analystenschätzung ist hier natürlich auch echt sehr, sehr hoch noch. Neuigkeiten ja hier eigentlich nicht. Am 1. Dezember gibt es dann hier eine Dividende in Höhe von ja wahrscheinlich so um die 3 Euro. Wobei man es jetzt ja auch nicht sonderlich gut erkennen kann. Also irgendein Muster. Dann gab es mal 2,60 Euro, dann 2 Euro. Aber es scheint so, als ob die Dezember-Dividende auf jeden Fall geringer ausfällt als die April-Dividende. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Eine Dividende werde ich ja kriegen. Ich habe ja eine Aktie. Und genau, Tesla, ja, heute wieder schön gestiegen. 5 Prozent, 8,8 Prozent hier insgesamt im Plus. Und ja, so sieht es hier aus. Gibt jetzt auch nichts sonderlich Neues. Unilever hatte auch einen ganz guten Tag. Kleines Plus gemacht. Insgesamt auch ein klein wenig hier im Plus. ExxonMobil bin ich ja noch 22,5 Prozent im Plus. Hatte ich ja, ich glaube, Ende Sommer so gekauft. Ja, hat sich aber gut gemacht. Wir sehen hier der letzte Monat 4 Prozent Plus gemacht. Jetzt die letzte Woche lief natürlich nicht sonderlich gut. Mal schauen, wie es weiterhin läuft. British American Tobacco. Hatte ich ja eben schon gesagt, da gab es heute die Dividende. Ja, sehr nice. Ein kleines Minus aber heute. Und insgesamt bin ich hier aber 18 Prozent im Plus. Und was wir hier auch sehen, ist, dass die Dividende so ein bisschen gesunken ist. Auf 61 Cent. Wir sehen hier beispielsweise August 64 Cent. Mai 65. Februar auch wieder 64. Ja, die ist jetzt um 3 Cent gesunken. Ist natürlich, ja, nicht so nice, aber schon okay irgendwo. Ja, hab 11 Aktien. Und das kann ich gerade noch so verkraften. Allianz. Ja, heute auch ein super Tag. Earnings Call heute hier begonnen um 11. Ansonsten hier über 2 Prozent im Plus. Also bislang läuft hier alles super. Mal schauen. Nel Azar. Auch wieder ein super Start gehabt. Ja, auch noch ein klein wenig im Minus von 0,3 Prozent. Novo Nordisk. Ja, sieht ähnlich aus. Fast 30 Prozent hier im Plus. Freut mich auf jeden Fall. Visa steigt mega stark an. Auch hier über die 200 Euro gekommen. 6 Prozent hier im Plus. Ja, freut mich sehr. Im Dezember gibt es ja auch die nächste Dividende, die hier erhöht wurde. Auf 45 Cent. Mega. Auch die Analystenschätzungen sind hier sehr, sehr positiv. Ja, kann auf jeden Fall gerne so weitergehen. Walt Disney. Die letzte Woche war ja hier grauenvoll. Ja, jetzt heute ein kleines Plus. Insgesamt hier aber auch noch fast 40 Prozent im Minus. Okta über 50 Euro hier teilweise gewesen. Aber ja, 5 Prozent circa. 78 Prozent aber noch im Minus. Fate-Therapeutics ist gut angestiegen. Aber auch hier noch 65 Prozent im Minus. Dann Blackrock steigen mega, mega stark an hier. Wir sehen 11,79 Prozent. Jetzt auch hier nur noch 1,91 Prozent im Minus. Also es ist wirklich richtig am Abgehen hier. Ich hatte auch heute was gelesen von Blackrock. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Tut mir leid. Also auf jeden Fall war hier irgendwas. Ja, die nächste Dividende gibt es hier ja dann wahrscheinlich auch im Dezember. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht viel von Blackrock. Nur 0,19 Anteile. Dann Carnival. Ja, auch wieder stark gestiegen. Über 12 Prozent hier. 54 Prozent insgesamt im Minus. Fiverr ist mega krass gestiegen. Hier fast 75, aber auch noch im Minus. Meta. Ja, fast 60. Cisco. 6 Prozent im Minus. Adobe. auch stark. 35, fast eher 36. Hier noch im Minus. Zalando extrem gut. Aber auch hier noch 64. Also diese unteren Aktien, sie laufen alle ziemlich bescheiden hier im Depot. Biko Group. 81 Prozent im Minus. Noch ist natürlich extrem. AMC. Hier auch wieder extrem gestiegen heute. 17 Prozent. Wobei man sagen muss, dass die letzte Woche bzw. der Monat ja auch extrem schlecht war. Immer noch 9,43 hier im Minus. Und ja, insgesamt bin ich auch noch 45 Prozent circa im Minus. Mal gucken. Also mit AMC ist ja sowieso immer so ein Auf und Ab. Ist ja eine Meme-Aktie. Und falls ihr in solche Aktien speziell nochmal investieren möchtet, dann wirklich informiert euch. Und ja, überlegt euch das dreimal. NextEra Energy, eine Aktie, die ich jetzt monatlich bespare. Wir sehen hier Buy-In bei 79,13 Euro. Bin jetzt 1,66 Euro hier im Plus. Und habe 0,63 Anteile. Und ja, monatlich 50 Euro gehen wir hier rein. Freut mich, dass es heute hier so gut läuft. Der letzte Monat auch 4 Prozent im Plus. Ja, das Jahr hier jetzt noch nicht auf dem Niveau von Juli oder was das war. Nee, September, sorry. Aber vielleicht wird es dieses Jahr noch was. Mal schauen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, wird langfristig hier bespart. Und zahlt auch eine gute Dividendenrendite in Höhe von 2,17 Prozent. Broadcom. Auch ein mega starker Tag. 4,54 Prozent plus gemacht. Auch hier bin ich fast 3 Prozent im Plus. Gehört auch zu den Sparplan-Aktien, die ich jetzt monatlich mit 50 Euro hier bespare. Ja, Dividendenrendite 3,49 Prozent. Verizon Communications noch im Minus. Hier Dividendenrendite kann ich euch auch mal zeigen. 6,89 Prozent. Dann, ja, als nächstes Coca-Cola, die ich ja auch bespare jetzt mit 50 Euro. Und die Dividendenrendite hier 3 Prozent. Also, ja, Coca-Cola, denke ich, kennt jeder. Silvania Platinum. Ja, nicht sonderlich viel passiert hier, würde ich mal sagen. Ähm, 11 Prozent im Minus. Und wie gesagt, da eine Apple-Anteil macht jetzt nicht so viel aus. Hier, 8 Prozent noch im Minus. 1,68 Euro. Den hatte ich ja irgendwie mal geschenkt bekommen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja. Nicht investierter Betrag 41,35 Euro. Und ansonsten, ja, lief heute auf jeden Fall ganz gut. 1,5 Prozent plus gemacht. Entspricht 130 Euro circa. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Update. Bis dann.